Musik Pudat, es kann weitergehen mit einer verrückten Geschichte. Ich finde das auf jeden Fall verrückt, was wir neulich in Gütersloh gesehen haben. Mitten auf einer Wiese werfen Leute ihre Angelschnur aus. Was angelt man denn auf einer Wiese? Das wollte unser Radio-Gütersloh-Reporter Timo Peitsch natürlich ganz genau wissen. Auf der Wiese vom Hof Kruse treffe ich Bodo Fletemeier aus Marienfeld. Der holt mit seiner drei Meter langen Angel aus und wirft einen Bleiköder so weit, dass ich das Ding kaum noch sehen kann. Finde ich ganz schön schräg und da bin ich laut Bodo Fletemeier nicht der Einzige, der so denkt. Wenn hier Fahrradfahrer vorbeikommen, die sehen, dass hier Leute mit Angeln stehen, dann kommen schon mal Sprüche wie, was macht ihr denn da? Maulwürfe jagen oder fliegen, fischen oder da hinten läuft noch der Hase, hast du nicht erwischt. Solche Geschichten gibt es natürlich. Ja, das Ganze nennt sich Surfcasten und ist sogar eine Sportart mit Meisterschaften und allem Pipapo. Dabei trainieren die Surfcaster für das richtige Angeln im Meer. Ja, und hier die passende Anglerweisheit. Je weiter ich die Angelschnur werfe, desto länger zappelt der Köder beim Zurückziehen im Wasser und desto größer ist die Chance, dass dann am Ende auch ein dicker Fisch anbeißt. Das kann ich auch. Die Wiese ist mindestens 300 bis 400 Meter lang. Vielleicht schaffe ich ja den Weltrekord. Wo liegt der? Der liegt so 270 bis 295 Meter. Wenn sie da hinkommen, dann lege ich mich bei ihnen vor ihre Füße. Das ist überhaupt kein Problem. Das hört sich doch gut an. Das sind mindestens 300, oder? Wir können das ja gleich mal abgehen. Also das sind schon so 75 Meter, würde ich jetzt sagen. 75 Meter. Kann man damit zufrieden sein? Als Anfänger ja. Frei übersetzt heißt das wahrscheinlich, du kommst vom Radio, da sage ich mal ja. Surfcasten, man lernt ja nicht aus. Jetzt, neu bei uns. Doch, natürlich. Doch, da wünsche dir ich. Ada ein interessiertes Gesang in den Blumenthalen. Blumenthalen. Wir haben черезヒalb descritt zum Aufhängen. Wir lassen sich persönlich schau���stным runterge quieten.